Moin! Heute schauen wir uns mal den Kopf unserer E-Gitarre ein bisschen genauer an. Im Speziellen diese kleinen Rädchen auf der Rückseite, die sogenannten Locking-Tuner oder Locking-Mechaniken. Und in dem Zusammenhang schauen wir uns die Vorteile und Nachteile im Vergleich zu herkömmlichen Mechaniken an und bei der Gelegenheit räumen wir auch gleich mal mit ein paar vermeintlichen Vorteilen oder Scheinargumenten auf. Ein Spoiler vorneweg, die Unterschiede zu herkömmlichen Mechaniken sind nicht so gravierend wie dir manch einer weiß machen möchte. Los geht's! Schauen wir uns erstmal an was Locking-Tuner überhaupt sind. Locking geht ja zurück auf Verriegeln. Ja also wir haben hier einen Riegel mit verbaut und im Vergleich zu herkömmlichen Mechaniken, wo wir ja eben einfach nur ein Loch haben, wenn du jetzt mal darauf achtest, wenn ich jetzt hier hinten dran drehe, dann siehst du schließt sich diese Riegel. Ja, dieses Loch schließt sich, kann hier wieder aufdrehen und damit wird halt bewirkt, dass wenn ich hier eine Seite durchschiebe, dass die damit einfach festgeklemmt werden kann. Ja und das ist eigentlich auch der einzige Unterschied zu herkömmlichen Mechaniken. Was das letztendlich bedeutet für das Seitenaufziehen und so weiter, das schauen wir uns gleich noch mal genauer an. Welche Unterschiede gibt es denn sonst noch? Also zunächst einmal wiegen Locking-Mechaniken ein bisschen mehr als herkömmliche Mechanik. Ist auch logisch, hier ist mehr Metall in den Mechaniken verbaut. Angeblich hat das auch Auswirkungen auf den Sound, was ich jetzt weder belegen noch groß nachvollziehen kann. Also die Unterschiede werden wirklich marginal sein. Also da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Durch die aufwendigere Mechanik kosten die Teile natürlich auch ein bisschen mehr als herkömmliche Mechaniken. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Die Frage ist dann natürlich, lohnt es sich danach Ausschau zu halten, wenn du eine neue Gitarre kaufen willst oder wie manch einer sogar seine Gitarre mit solchen Tunern dann nachrüsten möchte. Also meiner Meinung nach ist der größte Vorteil, dass man die Seiten schneller aufziehen kann. Ich kann dir das ja mal kurz demonstrieren. Es funktioniert im Wesentlichen so, ich führe wie üblich hier einfach eine Seite ein, ziehe die schon mal ein bisschen straff, schraube auf der Rückseite das Rädchen einfach zu, zack, schön fest. So und das Einzige, was ich dann noch machen muss. Ich drehe die Seite fest bis, sollte natürlich auch vernünftig über den Sattel laufen. Ich drehe die Seite jetzt einfach nur noch fest. So, jetzt habe ich die Seite auf dem Hose gestimmt und du siehst, wir haben jetzt hier eine halbe Wicklung. Eigentlich hätte ich sie vorher sogar noch ein bisschen straffer ziehen können und das war es im Prinzip. Ja, es ist super schnell, easy, absolut kein Thema. Und jetzt wird noch auf das Argument herangezogen, diese Mechaniken sind viel stimmstabiler und ich glaube, das ist einfach nur ein Vorurteil, was darauf beruht, dass viele Leute gar nicht wissen, wie man Seiten vernünftig auf herkömmlichen Mechaniken aufzieht. Denn viele Leute machen den Fehler, den ich auch lange gemacht habe. Also ich löse die Seite jetzt erstmal wieder. So, ich habe jetzt hier unten das Rädchen gelöst, das heißt, die Seite kann jetzt hier auch schön durchflutschen. Viele Leute machen das so, die ziehen halt ihre Seite hier durch, lassen die sehr, sehr locker, knicken die jetzt am Ende um und drehen die dann fest, sodass die Seite im Prinzip mehrere Wicklungen auf diesem Sockel hat. Und das war's. Ja, und kein Wunder, wenn du halt hier viel Material, wenn du viel Seite um diesen Sockel hast, dann ist das natürlich potenziell Material, was sich verziehen kann, wenn du Bendings machst oder wenn du dein Tremolo intensiv einsetzt. Ja, dann kann es schon mal sein, dass sich dann hier hinten das Material nachzieht oder wenn du das Tremolo wieder locker lässt, dass es danach gibt und es hier hinten immer so ein Spiel gibt, was deine Stimmenstabilität negativ beeinflusst. Also wenn du herkömmliche Tuner hast, solltest du natürlich auch die Seite relativ straff ziehen, dann diese halbe Umdrehung zurückgehen, unter der Seite durchführen. Ich hoffe, du kannst es jetzt sehen, hier drunter durch. Ja, so, dann ziehe ich die da rüber und wenn ich jetzt die Seite einfach festziehe, ich habe unten nicht das Drehrädchen festgestellt und wenn ich jetzt hier einfach weiter kurble, dann zieht sich die Seite automatisch, wird die, also die wird dann automatisch verklemmt, wie so ein Knoten. Hoppla, die liegt wieder nicht auf dem Steg. Zack. So, wenn man das berücksichtigt, dann sehe ich auch keinen großen Vorteil bei der Stimmenstabilität im Vergleich zu Locking-Tunern. So, jetzt hat die Seite eine knappe Umdrehung durchlaufen, also es ist nicht so super viel mehr wie mit den Locking-Tunern und das macht auf die Stimmenstabilität wirklich nur einen minimalen Einfluss. Wenn du dann aber, wie gesagt, hier mehrere Wicklungen hast, die sich dann türmen und dann manche Experten, vermeintliche Experten, anfangen zu sagen, wie du die Wicklungen zu legen hast und so, ist meiner Meinung nach Schwachsinn. Ja, also entweder du machst es so mit diesem, wenn wir es mal Knoten oder mit den Locking-Tunern, die beiden Varianten, das nimmt sich nichts. Nur nicht vergessen, die Seiten auch schön einzudehnen. Das ist auf jeden Fall unabhängig von den Mechaniken immer sehr, sehr ratsam. Also insofern können wir jetzt schon als Vorteil festhalten, mit den Locking-Mechaniken geht es ein bisschen schneller, aber ich finde auch hier, der Unterschied ist nicht so groß, als dass ich sagen würde, ich muss unbedingt solche Locking-Tuner haben bei meiner Gitarre. Ansonsten bin ich verloren oder verschwende unglaublich viel Lebenszeit. Ich meine, klar sollte man seine Seiten regelmäßig wechseln und da kommt dann mit der Zeit was zusammen. Kleinvieh macht ja auch Mist, aber es ist jetzt nicht so gravierend, als wenn man jetzt hier sich eine halbe Stunde Zeit sparen würde. Was ich auch noch gelesen habe, ist, dass bei manchen herkömmlichen Mechaniken dieser Sockel so komisch geformt ist, dass die Seite beim Aufziehen drüber rutschen kann. Das habe ich jetzt selber auch noch nie gehabt, weil ich einfach nur Glück gehabt bei der Gitarrenwahl, ich weiß es nicht. Das bleibt dir natürlich bei Locking-Tunern erspart, sehe ich jetzt aber auch nicht als großes Problem. Der einzige wirkliche Nachteil, der mir noch einfallen würde, ist, dass man immer sich sicher sein muss, dass man diese Feststellrädchen auch wirklich angezogen hat. Also wenn man bei einem Gig ist und dann löst sich plötzlich eine Seite, das ist natürlich nichts, was irgendjemand unbedingt haben möchte. Hier sollte man schon sicherstellen, dass die auch gut angezogen sind. Also jetzt nicht mit einer Zange anbrummen, aber schön Handfest und bei mir hat sich da auch noch nie was von selbst gelöst. Also fassen wir noch mal kurz zusammen. Die Locking-Tuner sind im Vergleich zur herkömmlichen etwas teurer. Die wiegen ein bisschen mehr. Du hast ein bisschen Zeitersparnis beim Seitenaufziehen. Stimmstabiler sind sie höchstens ein kleines Mühe, weil man sich ein bisschen Wicklung spart, aber es ist, würde ich auch, ist nicht der Rede wert, meiner Meinung nach. Und wenn du eine Gitarre suchst, die keine Locking-Mechaniken hat, da würde ich mir darüber keine Gedanken machen. Und das ist auch nichts, wo ich jetzt Hand an meine Gitarre anlegen würde, wenn sie die nicht hat. Es sei denn, du wechselst jeden Tag dreimal deine Seiten und denkst, die Zeitersparnis ist so groß, dass du das unbedingt haben möchtest. Also wenn du auf der Suche nach deiner Traum-Gitarre bist und du hast eine gefunden, die alles hat, nur eben keine Locking-Tuner, dann würde ich da auch kein großes Ding mehr draus machen. Darauf kannst du durchaus verzichten. Und ich muss auch sagen, wenn meine Gitarre die nicht gehabt hätte, wäre es mir auch egal gewesen. Das ist ein schönes Plus gewesen, aber das war nicht ein wesentlicher Grund, mich für diese Gitarre zu entscheiden. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen was gebracht. Schreib es mir gerne in die Kommentare, wenn du denkst, ich habe Blödsinn erzählt oder falls du das anders siehst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ahoi!